Los Lukas, da wähl mal die Map aus. Okay. Du darfst da nicht auswählen, weil das kann sein, dass er das dann nicht macht. Was ist denn rückgängig? Kann man das rückgängig machen, ja? Ne, keine Ahnung, wie... Ja, das werden wir sehen, ist egal. Das sieht jetzt was anderes aus. Aber bestimmt wieder... ...diese komische Stahl-Map. Oh ne. Das ist das, was sie? Ja. Fuck. Merkwärts, gehst du mitnehmen? Aua. Aber das ist ja auch gemein, auf dem roten Hintergrund eine rote Kiste zu facken, ja. Scheiß. So ein Sack immer voll mies von Lukas, dass er die Kisten da runterwirft. Ja, das ist... Ich find das gut. Oh. Oh. Ah, fuck. Nein. Oh, das ging ja nicht so. Oh. Wenn Lukas ein krasser Typ wäre, würde er dir jetzt eine Nachricht schreiben, dass er den Sieg nicht verdient hat. Wieso? Also, warum hab ich den nicht verdient? Weil du einen Bust benutzt hast. Mann, das war doch bloß auf Einspülung auf den... Ja, hab ich verstanden, aber mach keine Wünsche über meine Spiel. Wow. Dann wird er gleich wieder giftig, der Lukas. Da rutscht er nur mit mit 3.000. Oh. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was geht wieder sauber. Boah, ich schon wieder ein 3 zu 0 hier. Ich beschränk's doch mal an. Ich hab meine Leistung schon gebracht heute. Ich bin Viva. Ich bin Viva. Ich bin ja absichtlich, damit's garanzinnig wird. Ich bin Raph. Ich gewinne nur durch Boost. Ich schreibe dann ja auch keine Nachrichten. Ja, stimmt. Raph ist ja auch so ein Schlingel. Nein. Was geht denn, wenn man hier hoch geht? Ach, man stört, okay. Wenn ihr da runterfallt, müsst ihr den Boost von oben mitnehmen. Ach, den, 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 den. Drei Fahrten. Genau wie weit der ist, oder? Ich... Oh, mach das. Oh! 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 Oh. Oh! Oh, man! Tadoy, leck ist der Götvang, ne? Jesus! Ah Ja, ich kann das nicht Ah, fuck Scheiße Yes Boah, ich war komplett konzentriert gerade Raph hat die Ausflussweise hier War intense Scheiße Fuck Ja Jetzt Das ist Lätrecht Das ist Johannes Wo ist Die Auch ein herzliches Willkommen an unsere zwei Zuschauer zu Guga. Hallo. Bei der Viva macht ihr alle Platz schon. Zack, nur noch ein Zuschauer. Eine arrogante Viva. Ah ja, losgeschreckt ihr ab. Ach komm schon. Nö, Viva. Nach so großen Sprüchen muss es euch alles verdient. Stimm ich, stimm ich. Ach, das stimmt. Oh, da ist der Stacheln. Wer denkt daran, da unten sind Stacheln. Ich hab schon wieder ganz vergessen, dass man durch Stacheln sterben kann. Was? Wo kommst du jetzt her? Stacheln. Nein, Scheiße. Oh. Fuck. Fuck. Lukas, da unten sind Stacheln. Das ist eine scheiß Stelle, ey. Ich hab das Teil mit verpasst, um den Haken da oben zu erreichen. ... ... ... ... ... Ah shit. Aua. Oh nee, das muss die Kissen nicht. Die krieg ich der nicht. Oh. Das war close. Das war close. Das war close, ja. Ja, genau so wollte ich das machen. Ach shit. Es ist natürlich riskant, wenn man direkt stirbt, wenn man sich greppt. Oh, da hat ja jemand Eis. Und nicht nur einer. Oh. Fuck. Boah, du Sack. Das gibt's doch nicht. Ich muss das wieder ausschalten. Das ist ja Bullshit, ey. Nee. Nee, wir lassen es nicht. Umraff. Äh, Daniel schnapp ihn hier. Oh, vielleicht verteile ich mich jetzt hier wieder. Spring! Oh, nice. Oh, nice. Boah. Ist aber auch gut durchgekommen. Oh, Kiste. Start. Spring! Ja, ich weiß. Nein! Oh, Bullshit! Was war das denn? Der Streit war schon vorbei. Ich meinte eigentlich da nach hinten sitzen, ey. Das war doch durch, ja. Das war ja... Ach guck mal, es ermüdet den Freienherren immer zu gewinnen. Egal, was ich jetzt mache, ne? Es wird mir vorgebrochen, ne? Ja. Ja. Erstmal, was ich... Na, gut, eigentlich sagt mir das auch genau dieser Kleiner darstellt. Ich bin nicht da gut rein. Oh! Boah! Boah! Ich hab' erschreckend gehabt, ey. Oh, jetzt brauche ich schweinen. Oh, es ist uns jetzt. Nein, Stefan, danke. Du wirst dich schreien. Nein! Das macht dann 10 Euro. Nein, es wäre doch nicht gerecht. Nein! Nein, jetzt brauche ich mal. Du weißt doch, dass du jetzt nicht verdienst hast, wenn du dich gegen bist. Nein. Eigentlich hast du es nicht verdient, aber naja, Spinger. Bin ja nett. Ich glaube, ich darf dich verdienen. Was soll ich denn? Was ist denn? Ich war zu müde für den Scheiße. Es geht zu schnell. Aua. Wenn man auf den falschen Roten kommt, ey. Ich freue mich. Perfekt. Wenn die hätte ich so getrennt müssen, ey. Alter, was ist denn? Irgendwann hört es aber auf, ey. Was ist denn? Ich wäre so weit. Feuerberlin enteinander. Sorenfeuerberlin... Ja, ich weiß. Ja, die will klacken die... Hahahaha Scheiße Ach Mist Oh, da wird's ja auch der Wut aus dem bisschen Oh, das gibt's doch nicht, der war doch schon lange weg, ey Ah, scheiße Und wer hat den Blechboost holen? Ich nicht Keiner Nein Oh, hat jemand überlegt, mich die Bombe zurück zu fallen? Fuck, oh my shit Boah, da bleibt mir in die Ach, hast du zufrieden? Ich würde es ja Natürlich Du gehst keinen Sack zu, ey Aber sowas von Ach, das gibt's doch nicht Nee Gibt's das Ding jetzt mehr ab, oder was? Ach, was? Ach, was? Oh, das muss es doch sein! Das muss es doch sein! Oh, das war doch so knapp, ey Nein, das war doch so knapp, ey Ach es Klar besser für dich Alter, wo komm denn das jetzt her, ey Ja, das ist Ja Ja. Ich bin jetzt als Amerikaner nochmal zu. Fuck! Hey! Das schaff' ich doch nicht mehr, ey. Das schaff' ich. Das wird auf kleinen Seiten hier, ey. Ach, Scheiße. Genau auf die Kante, ey. Da kann man nicht mal rüberspringen. Aua! Nein! Ja, rüberspringen! Nein! Yes! Ach, Scheiße. Nein! Das ist kein Graf! Ja! Scheiße! Ja, das ist doch eine Kühne, man. Ja, Stefan, ich hab das besser als Medikon. Boah, Manns. Für uns macht es ein Spiel zuerst! Ach, Alter... Ach, Alter... Fuck... Nein! Schade... Das war ruhig... Ah, ne? Nächstes Level hast du jetzt wieder? Äh... 11. Uh, der 1 schon... Oh, Achtung... Oh, Achtung, Stachel, ne? Oder hast du das wieder ausgeschaltet? Ja, ja. schon noch an sein das war's nicht weg boah ich hab grad nicht du bist in die Stachel gesprungen ich hab bei allen Tisten gemorgen damit ich nicht in die Stachel springe ne und dann kommt dein Stachel, als es nicht raus war ich dachte grad das war wieder so ein Bug wo du damals im Porno warst du in die Zone sozusagen gestorben bist das war nicht Stachel boah boah was muss da nicht ey Bullshit was heißt denn inzwischen wieder Bullshit ja das was es heißt das genau so wie das so ein Lichter nein boah ach du gestattet ja ok schön den Stachel zum starten die Tone kommt oh ach du gestattet ach du gestattet ja du gestattet ja du hättest mich noch vorher noch weiter gehen müssen ich hab das schon wieder vergessen nein nein das kann nicht so gut Vorsicht dach wenn ich springe da unten müsste er dann aber springen nachher da der kannte ja scheiße er hat sich da schon nirgend aber Bede wa ja scheiße komm schon oh 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 komm schon komm schon Naja komm schon Oh ne! Scheiße! Na gut, alle einmal gewonnen? Aufzug, Staffeln! Daniel! Giraffe, wir probieren jetzt was. Okay, ne. Wir probieren doch nichts. Irgendjemanden probiere ich jetzt fast. Weiß ja nicht mit wem. Du musst auch springen. Wenn ihr nicht springt, kannst du dich nicht mit dem Racken da durchbringen. Ja, ich spring doch nicht durch die Stachel, wenn die mich umbringen. Ich hätte dich ja zurückgezogen. Da musst du mir aber ein bisschen vertrauen. Ja. Ja. Oh. Da ist Stefan. Voll sie stacheln, ne? Oh, hab's doch jetzt fällt uns ne Bombe vor die Nase von da oben, ey. Was? Was? Ach, Scheiße! Hast du dich ja zu sehr auf die Bombe noch konzentriert? Äh, ich glaube ich bin sogar durch die Druckwelle darin geflogen. Ich wollte dich sogar zurückziehen, hast du gesehen? Ich hab' gesehen, ja. Ich hab' dir vertraut. Ich hab' dir vertraut. Ah, das müsste man mal mit Franz spielen. Mit tödlichen Stacheln nehmen, das aber nicht sagen. Das ist alles. Was? Was war das denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt gestoppen? Bullshit, ihr Hals. Bullshit. Ich hab' dir auch ganz viel Lust. Ne, ich war grad zu den Erfolgen. Ach komm schon, warum geht das doch nicht? Das ist doch ein ganz blödes Kino, ey. Ich hab' den Raffinisten noch getroffen. Kein dieser Kraft. Du bist ein Keimsech. Raff und Daniel, die unfairsten Spieler überhaupt, oder? Was? In jedem Spiel. War immer im GTA. Ja. Wenn man denn ja mal eine helle Video gesehen hat. Wenn du dich überschlägst. Wenn du dich überschlägst. Nee, Daniel. Ja, nein. Scheiß. Was? Abschlusslicht. In der letzten Kurve. Ach, Bullshit. Ach, Bullshit. Scheiß. Was? Ich war der Letzte? Also der Zweite? Ich hab' gedacht, dass lebt doch jeder noch von den anderen will. Ja. Du, wo denn? Mann denn? Weiß ich nicht. Maaan. Was ist das? Boah. Scheiß. Wer war das eigentlich? Besonders. Ich habe gariert dich nicht. Schwer, wenn du dich nicht fliehst. Du bist ja nicht. Ah, Scheiße. 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 Au. Fuck. Come. Droge ich jetzt. Es geht jetzt. Oh, bullshit. Nein. Oh, nee. Ach komm schon, wieso nimmst du noch nicht? Was? Wieso nimmt der immer Mist, wenn ich mir so ein Parallel laufe? Später. Genau. Ein Problem. Das war knapp am Streifen. Was? Scheiße. Einfach nur dieses. Scheiße. Das ist lustig. Was? Das ist lustig. Was? Ach komm schon. Das ist lustig. So. Das ist lustig. Ich hab das schon alles gut gemacht. Was ich noch mal gelegt hab. Gelegt hab ich das wohl. Was ich noch mal gelegt hab. Gelegt hab ich dir noch. Oh, shit. Ich will dieses Typis anste lachen, ey. Gibt's nicht, ey. Ich guck dir mit meinem Lachen. Scheiße. Wo war der denn? Er hat sich da durch die Wand gepackt, er ist auf der anderen Seite rausgekommen. Wie er schon rutscht, weil er denkt, ich mach das jetzt gleich. Ja, vielleicht hätte er mir gedacht, weil er denkt, er hat den Haken. Scheiße. Scheiße, ich muss unten lang. War schon der Dipp ins Rot. Ja, ich weiß. Ja, das war echt klar. Ja, in Match mal. Ja, gut, mit dem Spruch hab ich jetzt echt genug von dem Spiel. Ja, ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Ich bin noch immer dabei. Nicht, ich hab keinen Bock mehr. da bleibt einfach stehen er hat ja auch nicht viel dass du das schon weg so richtig sagt und stattdessen Nein, das ist gut. Hier sind viele Stachel noch da mit, anscheinend. Ach komm schon, Stefan. Nein, da wollte ich... Scheiße. Yes! Aua! Was? Wie bist du jetzt ausbekommen? Nein! Das war Bullshit! Aua! 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 Daniel, bist du noch da? Ich bin noch hier, ja. So, gut. Du bist jetzt komplett im Sticht. Aua! 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 Ich bin noch ein Volklarm! 龍! Z, Super! Schon jetzt noch nicht lauter. Ihr steht über numerousaire. Maaan! Fuck! Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich dachte glaub ich hab Angst. Scheiße. 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 Scheiße, ich dachte du wärst das Schatten, wenn du so gut bist. Ich hab hier noch einen. Scheiße. Nein! Bist du in die Stacheln gesprungen? Ja. Scheiße. Ah, die Stacheln sind schon okay. Ich dachte ich werd die überwinden mit der Aktion die ich macht, aber die waren doch noch ein bisschen weit entfernt. Scheiße. Scheiße. Nein! Ne, doch. Verzweifelt er da gerade im Vorschlag. Das könnte ein Verstand brechen. Dein Waffen ist dann kein Sack mehr. Scheiße. Warum hast du nicht Warten gestört? So ein Problem mit mir. Scheiße. 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 Na? Ah. Nein, das ist mir nicht. Aua. Aua. Oh, die war böse. Oh nein. Die war böse. Endlich springt bei jemandem in der Kiste. Nee, es gibt's noch. Oh Gott. Wie lange dir da schon lag. Nein! Nein! Ich hab's bis jetzt gewinnt. Ich glaube. Ah, die dreckige Sau, ey. Ne? Ne? Meinst du mich? Ja. Ja. Aua. Das geschieht ja recht, ey. Das geschieht ja recht, ey. Nein! Oh, das ist eine kleine Runde jetzt, ne? Bist du ins Dings gesprungen oder was? Ja. Oh Gott, hat er gerade den hervorrund. Scheiße. Das gewinnt schon mal nicht. Scheiße. 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 Das gewinnt schon mal nicht. Scheiße. Scheiße. Nein! Oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich dachte, wir wären jetzt schon bei der nächsten Stelle, ey. Scheiße. Ah, das Spiel macht so einen Bock. Noch einer oder was? Die allerletzte. Ja, komm. Okay. Ne? Okay. Lass uns. Ja, anscheinend. Ja, anscheinend. Jetzt kommen wir wieder zum Rauch, Stefan. Es ist zuhört, ob ihr mir bei Heide Wars und Energieknochen mitgenommen habt. Aua. Oh was? Sack. Waffe nach links jetzt, ne? Zeit. Vor Toiletten ist noch mal passiert, ne? Ja, Erik auch. Oh nein! Oh, 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 oh! Oh, der ist böse. Ah. Ah, 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 ah. Hier können wir jetzt gleich noch mal strahlen. Oh nein! Oh, der ist der richtete Sitz. Was ist das? Jussspieler Aua! Er legt da so ne Kiste Ja, meinet war das Töber Wolltschill NEIN Ja, aber Ja, aber Wollt der da, wie war zu viel Ja, aber ich Oh, was Oh, was Ah, nein Oh, scheiße Fuck Da hab ich mal ne Kiste Ich geh da Ich geh da Yes Ich hab's das jetzt hier ungefähr aufschätzen zu müssen, wann die starten kommen Ich krieg hier immer so ein Ach, Mist Die ist hier keine scheiß Kiste mehr Ja, wer legt dann sowas da hin, ey? Das frage ich mich, ja Ah, ich bin Stefan, ich schlacke mich da ruhig Ja Scheiße Boah Da kommen sie doch zurück, ne? Ja Super Der Dachs bin ich Juuuuh Gut, ich hab jetzt 69... 69 Minuten aufgenommen, ist recht 69 ist ne schöne Zahl Ach, ja